Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead auf der Suche nach Clementine. Wir werden ja deftig von Molly verarscht. Was haben wir hier? Kerzen, Weltkarte und Tür ins nächste Schlafzimmer. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Okay, jetzt sind wir hier in der letzten... Dachboden. Clementine, bist du da? Oh, oh. Das ist verdammt gruselig. Wo ist Clem hin? Ey, verflucht nochmal. Wo ist die hin? Das kann doch nicht wahr sein. Clem? Clementine? Arbeitszimmer. Clementine, bist du hier? Wo ist sie? Was haben wir hier? Clementines Zeichnung. Was hat sie denn gemalt? Clems' Zeichnungen. Aber wo ist sie? Ja, das frage ich mich auch. Schrank? Clem, bist du hier drin? Als ob die im Schrank geht. Lee, denk doch mal nach. Clementine? Oh Mann, wir haben jeden Winkel vom Haus abgesucht, aber... Vielleicht im Sofa? Ja, wenn er schon in die Schränke guckt, kann man auch mal im Sofa gucken. Aber hier ist niemand. Verdammt, ich glaube, wir sollten echt mal... Ja, wir sollten runtergehen. Clementine! Komm raus! Bitte! Äh, ach, nicht wieder hochgehen. Lee. Clementine! Wo bist du? Wieder runter. Wo ist Kenny? Wo sind alle anderen, er gesagt hin? Das kann doch nicht wahr sein. Da ist Kenny, okay. Kenny? Oh, hey, du hast es zurückgekommen. Guten Job. Guten Job. Was für die Hölle denkst du, du bist hier? Was sieht es aus? Alter. Wo hast du die Bottle bekommen? Findest du es? Das erste gute Sache, das seit... Hey, mach es einfach. Ich glaube, du hast genug. Ich glaube, du hast genug. To hell mit dir. Getting wasted ist nicht gonna help anyone. Ja? Well, was ist? Wir sind verabschied. Nein. Molly hat gesagt, dass nicht ein einziges Boot left in Savannah. Kein Weg raus. Wir haben walkers all around uns. Das crazy fuck auf der Radio messen mit uns. Hell, if now ain't the time for a drink. Naja, Kenny. Naja. Ben, fang du jetzt auch nicht damit an. Okay, guter Junge. Kenny. Alter, was ist denn los mit euch? She was frantic and things got kind of crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? It's okay. I'm not mad at you. I just want to know where she is. I think she went out to play in the backyard. On her own. With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be or it's your ass. Garten, Garten, up in den Garten. Clementine? Clementine! Fuck. Fuck, fuck. Vielleicht im Haus, in diesem komischen Gartenhaus drin? Oh man, ab Schuppentür aufmachen. Irgendwie ist sie... Doors covered in Vines. Don't think anyone came in there. Okay, das stimmt auch wieder. Aber wo ist Clementine? Zaun? Niemand. Verdammte Scheiße. Vielleicht... Auch nicht. Also langsam... Naja, ich habe mich jetzt gerade verwirrt. Ach, wie haben wir dieses Kind da begraben? Ich wollte schon sagen, hat sich die jetzt selber begraben? Ey, verdammt. Aber wo ist sie hin? Alles ist noch zu und verschlossen. Also hier draußen ist sie auch nicht. Also muss die ja irgendwo im Haus sein. Gebüsch. Oh, verdammte Scheiße. Was war das zum Teufel? Ich möchte den Schuppen nicht aufmachen. Okay, ich... Jetzt weiß ich nicht, ob das gut ist. Oh fuck. Augen zu und durch. Wie bist du da? Wie bist du da reingekommen? Aber wie bist du da reingekommen, Clem? Nein. Wie geil ist das denn? Ha. Heilige... Das wollte ich auch gerade sagen. Nein, jetzt nicht mehr. Fuck. Candy, du träumst nicht. Sauber. Noch ein Funke Hoffnung. Es ist halb sechs. Und... Wie geht's Omid? Der Arzt sieht nicht sehr... ...zuversichtlich aus. Also nicht sehr, als ob's ihm gut geht. Er hat eine sehr drückende Stimmung hier. Okay. 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 Ich habe das, was ich konnte für ihn. Ich habe den Schmerz, aber er hat eine reale Infektion. Er hat einen Schmerz. ohne Antibiotika, ich... Und Kenny? Will? Bitte. Schlechter. Okay. Suchen wir in den Straßen? Das Boot war auch noch da. Okay. Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Now, hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man? Might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. That's putting it mildly. We're armed and we've got the numbers. I'd say we just go in there and take what we need by force. Okay, that is literally the dumbest idea I have ever heard. Crawford's like a goddamn military base. They've got hundreds of people in there, armed to the teeth. And not perimeters, guarded day and night. You're gonna have to be smarter than that. Oh, maybe we can be. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. Map check. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need, and get out before they even knew what hit them. Okay, that's not bad. That's better. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? Okay, machen wir es. We can do this. I know it. Hell yeah, we can. Are we seriously talking about this? I mean, what about the risk? I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. No fun. That boat out there is an egg. answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? Du bist dabei, oder? Wir sind doch alle dabei. We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. Okay. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? Is it going to be dangerous? Crawford. Nein, mach dir keine Sorgen. Don't worry. We have a good plan and good people. We'll be in and out before they even know we're there. You trust me, don't you? Yeah. Okay. That's my girl. I guess I should go get ready. Oh, say what now? You said you need all of us to do this. And you said I'm a big help. Remember? Baba. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Clementine, I think it'd be safer for you to stay here with Omid. But what if something happens to him while you're gone? What do you mean? He's sick. If he doesn't get better and, you know, he might try to hurt me. Hmm. Wann bekommst du eine Waffe? Can't I come with you? Das ist eine schwere Entscheidung. Okay. You can come. But you have to promise to stay quiet. And do exactly what you're told the whole time we're there. Okay. Ich hoffe mal, das war eine richtige Entscheidung. I'm gonna go get ready. Oh, fuck. Oh, fuck.